Ja gut, Snape könnte halt rein, aber den kriege ich jetzt noch nicht. Naja. So. Gut, dann machen wir noch das nächste Level und dann haben wir eigentlich alles um halt, also wenigstens die wichtigsten Sachen müssten wir dann theoretisch haben. Und wenn uns dann irgendwas fehlt, dann ist das so. Genau, wir machen das erste Level, weil da kriegen wir eine Figur, die wichtig ist. Äh, freies Spiel bitte. Und wir nehmen tatsächlich mal Professor McGonagall. Bin ich mal gespannt. Kann ich auch noch mal was zeigen mit ihr? Genau, so fangen wir hier an. Genau, Professor McGonagall hat eine, also erstmal hat die natürlich super, mega viele Zaubersprüche und sie hat auch eine Fähigkeit und zwar kann sie sich verwandeln in eine Katze. Aber ich meine, sie kann damit nicht graben, oder? Müsste man halt mal ausprobieren. Aber ich weiß halt, um ehrlich zu sein, aber auch nicht unbedingt, ob, ähm, ja ich sag mal, ob das, äh, nötig hier ist. Aber ist ja egal. Ich muss ja sagen, ich habe gestern Teil 6 geguckt von Harry Potter und Teil 6 ist tatsächlich für mich auch immer so einer der schwächeren Filme gewesen. Aber dieses Mal, nein, tatsächlich nicht, nein. Also der, doch, der gibt mir gut Feeling, muss ich sagen. Und ich habe ihm sogar einigermaßen die Fuchsbau-Szene verziehen und ich muss auch sagen, ich muss sagen, diese, diese Kitsch-Szene und so, die ich absolut undankbar finde, habe ich ihm auch verziehen. Genau, den Anfang haben wir ja hier nicht machen können, weil ich da leider zu früh eilig war. Oh, eilig. Ähm. Und, äh. Ich weiß nicht, also der Film versprüht schon viel Feeling. Also es ist halt wirklich so, als hätte man Teil 5 genommen. Und den mit Elementen aus allen anderen Filmen halt zu verhalten. Oder generell eigentlich einen Film gemacht, so, der halt alle Filme miteinander vereint. Und irgendwie mag ich das. Also ich muss sagen, ich habe da doch riesen Respekt vor. Aber Teil 4 werde ich trotzdem nie positiv sehen. Es ist, das Buch ist kein kitschiges Abenteuerbuch. Ist es nicht. Und im Film tut es auch wirklich nicht gut. Kann man mal sagen, was man will. Es tut ihm nicht gut. Allein, dass die Musik komplett anders ist. Also ich habe mir jetzt auch die Musik aus Teil 6 nochmal angehört. Und die ist wirklich viel besser. Da kommt sogar zwischendurch Teams aus den alten Teilen nochmal neu abgemischt oder so hinzu. Aber sehr viele neue Lieder. Also Teil 6 ist wirklich das, was hätte... Teil 4 hätte sein können. Als ich das Level jetzt beim ersten Mal gespielt habe, Hier in dem Durchlauf habe ich auch nur über die Filme gemackert. Ja, wir müssen jetzt ja auch nicht so groß auf die Figuren achten. Also das müssen wir gleich machen, um die 100% zu machen. Aber um weiter zu betrachten. War eigentlich wichtig, ist es gerade jetzt erstmal nicht, weil wir sowieso noch... Genau, wir wollen ja soweit wie möglich alles mitnehmen. Ach ja, Leute. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch hat sich Teil 6 doch jetzt einigermaßen zum guten Film gemausert. Also es gibt Sachen, die mir nicht gefallen. Aber ich muss sagen, wie gesagt. Also ich finde auch zum Beispiel, man hätte... Ähm... Man hätte... Wie heißt der hier? Frau Slakorn ein bisschen anders casten können. Ich hätte den bisschen zu verpeilt irgendwie. Ich weiß nicht. Also hier gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die ich ein bisschen interessanter in der Rolle gefunden hätte. Aber ich würde jetzt auch nicht groß sagen, kommt der jetzt mega schlecht. Also der Schauspieler macht einen super Job und... Aber wo ich wirklich sagen muss, ich habe den jetzt auf Englisch zum Beispiel auch mal wieder geguckt. Und die deutsche Synchro-Stimmung von Haus Slakorn mag ich halt nicht. Also die im Englischen... Also seine Originalstimmung finde ich halt nicht angenehmer. Aber naja... Machste halt nix. Machste halt nix. Hey! Ich bin doch geprügelt. Und Frechheit. Wenn wir hier das Geld vollkriegen, guck mal wie langsam wir das vollbekommen. Schon krass. Was ist das? Dann geht die nicht automatisch raus. So. Das will ich auch gerne kaputt machen. Danke. Ausgezeichnet. Hier brauche ich dunkle Magie. Okay. Schade. Hatte ja zu schön werden können. Ja, wir sammeln das trotzdem ein. Weil wie gesagt, wenn wir sowieso in Hochplatz sind, da kriegen wir danach hier alle Nachrichten, wo was ist. Und dann hätten wir hier aber schon mal die wichtigsten Sachen so einigermaßen. Und ja. Hier müssen wir graben. Probier's aber trotzdem einmal mit, äh, mit ihr. Ja! Krass. Ja, gut. Damit ist Hermine auch hinfällig. Nee, Hermine hat noch die Zeit umgekehrt. Alles gut. Nina hat noch den Zeit umgekehrt. So, der kommt jetzt noch die Pfanne gegen den Kopf. Satz. Na gut, ich, 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 ja, da brauchen wir auch dunkle Magie. Ich sehe einfach, das Level ist einfach viel zu lang. Das ist ja diese Welt hier. Das wird irgendwann irgendwie ein bisschen kürzer machen können, glaube ich. Gefühlt. So, ich gucke jetzt einmal. Achso, wir haben den schon befreit. Alles gut. Ich muss ja gucken, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie was, ähm, zu viel oder zu wenig mache. Besonders Fred und George, ne? Die, äh, ich habe ja letztes Mal gedacht, Harry ist irgendwie separat. Aber nein, die gehören alle zusammen. Äh, achso, nee, Entschuldigung. Harry ist separat. Ich dachte, die gehören alle zusammen. So gut. Ja, das muss ich schön in Ruhe mal gepacken. So. Hä? Hatt ich nicht noch? Achso, der ist schon fertig, der Trinko. Okay, alles gut. So, sieben von acht. Ähm. Ja. Okay. Ja, aber läuft doch eigentlich ganz gut bis jetzt, würde ich sagen. So. Und sie brauchen auch noch ein Feuer zu löschen. Das kann aber hier an vielen Stellen sein. Ja, werden wir ja gleich sehen. Oh, was war das für ein Blitz? So, nur überlegen, was es dort zu essen gibt. Ja, ich denke mal, ich mache heute Pellkartoffeln und Rathen. Äh, Heben. Sahne Heben. Gesprächsthema Nummer eins bei was? Was gibt es zu essen? Ey, es ist aber unglaublich wichtig. Unglaublicherweise, ja. Kannst du uns gar nicht vorstellen. Wie wichtig eigentlich das Schleppen ist. Hm? Man muss ja auch Prioritäten setzen, ist das schön, heißt? Ja, mal ab. Bisschen schon am Morgen. Verkauf Kummer und Sorgen. Essen ist für mich erste Bürgerpflicht. Ohne Appetit. Es geht so viel. Danke. Beziehungsweise ist immer falsch. Damit wir keine Texte mehr haben. Also ist der Teils. Ist der Teils. Boah. Gut, dann mache ich auch als erstes, dass ich da in die Mitte komme. Der helfe ich zum Schluss. Ich sehe, dass ich da aus Versehen schon das mache. Das ist sicher ein bisschen unsichtbar. Ich habe jetzt keinen Bock, die viel kurz zu wechseln. Ich denke, ich kann es zaubern. Ich glaube, die Bücher kommen auch wirklich nur an zwei. Ja gut, ich glaube, ich glaube, nochmal in der Bibliothek oder so. So, herrlich. Ich sage euch aber auch wirklich, ich freue mich auch richtig auf den nächsten Lego Open World Titel. Also wie gesagt, ich glaube, es wird Lego Avengers. Aber, ja, mal sehen. So, ich glaube, hier habe ich soweit alles, außer die zwei dunklen Magiesachen. Aber wie gesagt, die kann man dann halt auch ein andermal machen. Und das wäre es. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann ist das so. Alles klar. Dann. Gucken wir, was man hier noch kriegt. Ja, und hier müsste irgendwo halt das sein für den Todesser. Und ich habe vorher noch mir einmal Whipok ja geholt. Habt ihr ja vorhin gesehen. Rund ist, weil hier ist, soviel ich weiß, auch nochmal eine Stelle. Und wir brauchen Whipok sowieso. Also das Level müssen wir hier so oder so nochmal mit dunkler Magie machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, suchen wir nochmal das eine. Aber ja, dann haben wir das auch alles so ein bisschen separat. Und wie gesagt, mit diesem kleinen Level, die kann man dann auch nochmal richtig schön bearbeiten und machen. Du musst ja auch alles seine Ordnung haben. Alles klar. Mach ich das schon mal offen hier. Moment. Ach, jetzt sind alle dabei. Okay, weil, äh, das war ja irgendwie beim normalen Level nicht. Jetzt hätte ich ja schon hier Bartekordkult, weil ich glaube, dafür brauchst du auch nur, ähm, den Zauber von Mr. Weasley. Also, oder beziehungsweise nicht den Zauber von Mr. Weasley, halt dieses Reduktio. Sagen kaputt gehen halt. Aber so ist das halt schon manchmal. Ja. Da war ich zu voreilig. Wie die sich ja auch da fühlen müssen, wenn jetzt die PS-Professor McGonagall hier ist. Ob die vielleicht auch, nee, glaube ich nicht. Aber die guckt, glaube ich, sich solche Quidditch-Sachen an. Als, als ob. Als ob sie sowas nicht tut. Jetzt mal ohne Mist. Die ist doch bestimmt hier auf der Quidditch-Weltmeisterschaft gewesen. Aber warum ist Dumbledore nicht dabei gewesen? Dumbledore kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass der da halt auch mal so ein bisschen rumlungert. Aber ich glaube, der würde halt eher sich dann irgendwie unsichtbar machen. Aber, aber ich sag mal, dann würde der ja, glaube ich, die... Ich glaube, dann würde die Haare so ein bisschen anders ausmachen. Ich habe mal... Ich muss mal suchen, wo ich das finde, ne? Ich bin ja nicht so der Freund von Fan-Fictions und sowas, ne? Besonders Fan-Fictions werden ja meist eher mit diesen, ich sag mal eher... Ja... Wenn ja auch ein bisschen mit anderen Sachen so ein bisschen reininterpretiert, und die halt eher so in Richtung Erwachsenen-Content gehen. Aber Fan-Fictions sind ja auch zum Beispiel so Sachen wie... Oh, was ist denn wohl da und da passiert? Oder, ähm... Was weiß ich? Also so Sachen, die halt abseits davon... Also ein bisschen. Und es gibt halt zum Beispiel so eine Sache, da wird, ich glaube tatsächlich, so wie das vierte Buch von Harry Potter war das, aus der Sicht von Dumbledore geschrieben. Habe ich... Ich weiß auch gar nicht mal, wie ich das gefunden habe. Aber es war unglaublich interessant. Ich glaube, ich habe das irgendwie gefunden wegen den Hörbücher oder so, weil ich glaube, jemand hat davon ein Hörbuch gemacht oder so. Oder habe ich das online gefunden? Und es war halt auch wirklich absolut solide beschrieben. Also... Da konnte ich überhaupt nicht meckern. Da habe ich mir so gedacht, boah, das wäre mal ein Interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt mal ohne Scheiß, wenn die mal irgendwann so eine Serien-Sache machen von Harry Potter oder so, ey, macht doch sowas. Wenn ihr schon irgendwie sagt, ihr wollt nur Wii-Mack machen, dann macht doch irgendwie sowas, was halt aber eher um die... Sachen um Dumbledore geht oder sowas. Also um diese ganzen Sachen mit Voldemort oder was weiß ich. Oder was der halt sonst noch generell so im Alltag macht oder was weiß ich. Also nicht direkt um Dumbledore, aber... Das wäre, glaube ich, was ich meine. Das ist drumherum. Das hielt mir eigentlich noch viel noch viel. Ich weiß übrigens nicht, warum ich jetzt irgendein komischer Typ bin. Ich will... Ich will sie sein. Aber ich weiß halt... Oh Mann, was heißt hier die ganze Zeit? Es kommt eine Serien-Umsetzung von Harry Potter. Obwohl... Also ich bin der fest überzeugt, es wurde nicht offiziell gesagt, dass halt ein Wii-Mack kommt, sondern es wurde so viel ich weiß nur gesagt, es kommt eine Serie von Harry Potter. Und so viel ich das verstanden habe, wurde ja auch erst noch gepitcht. Vor nicht allzu langer Zeit. Was überhaupt da reinkommen soll. Schmeiß die Kacke doch da bitte einfach rein. Ja. Ja, Spackkarte. Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe mir... Ich habe gerade irgendeinen Spielfehler drin. Ja, nochmal Glück gehabt. Ich habe noch mal Glück gehabt. Aber naja. Also bis da irgendwie was offiziell gesagt wird, glaube ich, da auch. Weil, also wenn die wirklich die Filme neu machen würden... Ich glaube, es wäre ein Misserfolg. Also würden viele gucken, aber es ist einfach zu früh. Bringt irgendwie was anderes raus. Bringt aber keinen Wii-Mack raus. Glaubt mir, macht das nicht. Weil da hängen viel zu viele Leute dran. Die werden viel zu wütend sein. Und ich rede nicht von irgendwie einem Wii-Mack, von einem Film, der irgendwie 40 Jahre alt ist oder sowas. Sondern ich rede wirklich von einer Seite... Harry Potter ist erst vor ein paar Jahren zu. Ja, der erste Film war schon vor 20... Über 20 Jahren. Aber trotzdem 20 Jahre für einen Film-Remake. Komm. Zum Beispiel, die Reihe lief ja auch ewig. Naja. Hier haben wir zum Beispiel sowas, was ich meine mit Wii-Mack. Ich liebe es übrigens, dass der... Das ist das Modell von dem Ding, was man einsammelt, glaube ich, dahinter ist. Äh, oder sich davor projiziert hat. Oh, warte mal. Nein! Ich hab doch gar nichts gedrückt. Wir brauchen einen Ravenclaw. Warte mal. Ich probier mal mit McGonagall aus. Nein, okay. Das kannst du am letzten Buch nach Ravenclaw, aber er will halt speziellen Ravenclaw. Oh, der hat sich irgendwie da festgepasst. Ist das gut? Ja, im siebten Teil, da gehen die ganz kurz nach Ravenclaw in den Turm. Also Harry zum Beispiel. Den Endkampf müssen wir übrigens nicht machen. Also wenn der rechts... Ne, der ist nicht mehr. Weil im Endkampf ist doch so viel. Ich weiß gar nichts gewesen. Und wenn doch, dann... Werde ich das sowieso beim nächsten Durchglaub nochmal sehen. Oder? Ja doch, ich will da einmal hin. Ich will einmal gucken. Nicht, dass ich da irgendwie was verpasse. Und dann habe ich schon irgendwie im ersten Bereich 100%. Weil hier habe ich jetzt auch nichts mit Dukla Magie gesehen. So. Und dafür waren wir hier. Für Partyquat Junior. Weil der ist Dukla Magier. Mit dem können wir arbeiten. Und schon wieder der Feuer. Wiemann, der stark ist? Nö. So, gucken, ob er Hackwood kaufen kann. Oder Krumm oder so. Ich glaube, Krumm ist auch stark. Ne, das ist sogar genau dasselbe Ding. Genau. Wir sind hier rechts. Nö, hier ist nichts. Na gut. Auf zum trockenden Kessel. Partyquat Junior. Oh, es wird mal mit zwei Stück. Einer fehlt noch. Kreis, alles kein Problem. Aber jetzt können wir halt theoretisch wirklich die Level alle auf 100% machen. Weil wir haben jetzt jede wichtige Figur. Fehlt halt wirklich nur noch diese Suchdinger. Ne, diese Charakterstadtsucher. Und die würde ich halt gerne mir im Schloss Hoquartz holen. Und Hauswappensucher. Weil jetzt das zu machen, dann findet man die dann dort. Und dann denkst du ja auch, ja, jetzt brauche ich ihn ja auch schön. Deswegen, roter Steinsuche haben wir ja, glaube ich, so viel ich weiß. Das ist das einzige Wichtige neben den goldenen Steinsuchen im Hoquartz. Ja gut, eigentlich auch der Charakterding. Aber, sag mal, Charakterstad, Charakterfühler. Oder wie auch immer. Ja. Ne, bin froh. Bin ich froh. Ja, Leute. Damit hätten wir jetzt alle Level, äh, oder beziehungsweise die beiden Level, wo wir die Figuren kriegen, die ich brauche, durch. Das hole ich mir einmal ganz kurz die Figuren halt nach. Und dann würde ich sagen, müssten wir theoretisch alles haben und einmal kurz durch Hoquartz stapfen zu können. Aber wir gucken mal. Also, beziehungsweise, wie gesagt, heute machen wir das nicht. Außer wir haben noch so viel Zeit, dass es sagt, komm, dann machen wir das kurz. Aber rechnet man nicht damit. Aber wir haben, äh, habe ich ja gesagt, wir machen heute wahrscheinlich dann die Gringotts-Sachen. Ähm, mit dem, was ist, mit dem Pins? Okay, interessant. Das hat Pins, mit dem Pins, Professor Pins. So, ich gucke mal mal durch. Ich mach mal mit der, auch wenn ich die, die Kamerataste hier jetzt drücke, aber damit geht das schneller. Ja, so waren wir es denn. Warte mal, Bartilt. Schau, schau, schau. Haben wir alle schon gekauft. Cedric. So, ähm. Also, ich meine, das sind alles Hufflepuff-Schüler, ja. Sind die auch sortiert. Ich hol mir die jetzt mal trotzdem, weil was man hat, hat man. Ja, Particor Junior. Damit haben wir jetzt jemanden mit schwarzer Magie. Und. Ich möchte gerne noch. Ich glaube, Hagrid habe ich nicht gesehen. Dachte auch, der wird automatisch freigeschaltet. Ich glaube, ist Dattli stark? Ich weiß es gerade gar nicht. Da ist Viktor. Da. Der müsste stark sein, der Heikrum. Damit wir halt auf jeden Fall eine starke Figur haben. Ja. Dann, äh, können wir tatsächlich einmal gucken, ob hier noch irgendwas mit dunkler Magie hier irgendwo war. Weil es kann sein, dass in der Nocturngasse tatsächlich sowas ist. Und dann würde ich sagen, dann hätten wir alles eigentlich in diesem Jahr. So groß. Und hier weiter rechts. Ja, Tatsache. Ähm. Ja, dann würde ich hier einmal ganz kurz. Hier ist die. Okay. Dann würde ich hier einmal ganz kurz gucken. Und wenn wir hier alles haben, würde ich tatsächlich, äh. Dann die Level machen, wie gesagt. Ja, also. Die können den Todesflug machen. Und dann sterben die Leute. Und. Hier meine ich die, äh, Respawn-Details. Aber in Hogwarts meine ich nicht. Deswegen. Ich habe die damals alle gekillt und dachte mir so, haha, lustig. Und dann irgendwann so, Moment, so lustig war das gar nicht. Oh, hier haben wir einen kleinen Bug. Aber interessant. Ja, ich weiß nicht, ob hier was war. War nur Geld. Okay, alles gut. Ist ja nicht wichtig. Ja, dann würde ich sagen, dann auf zu, äh, Gringotts. Ich dachte, hier war noch irgendwie was versteckt. Ja, ist egal. Tada. Tada. Ja, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020